Norddeutscher Rundfunk Morgenstag auf dieser Welt Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Schule aus, bin mal wieder gut drauf Schreibt mir mal ein Beutel, mir die Bucher auf Schreibe Jungs, darfst mal treffen Geht man euch? Ja schon so ein bisschen von Youtube und sowas Wenn eure Eltern drauf stolz sind Kommt alle in zwei Wochen, seid bei unserem allerersten Konzert dabei Was ist denn das? Heiko und Roman Zehn Millionen Klicks Zehn Millionen? Sehen aus wie Jungfrauen Leichte Beute Ich sag nur, innere Beauty Wie willst du das faken? Also ich mein so, dass du so Voll hässlich bist und so Auf meine Cis ist Verlag Guck behindert, was? Perfekt Oh mein Gott! Verpiss dich, du bist hässlich Oh Gott, oh Gott! Vielen, vielen Dank Vielleicht kann man ja mal was essen gehen oder so Aber Ronny, das arme Ding kann uns ja nicht verstehen Mein Bruder passt sich ja gerne auf sie auf Komm lass uns rausgehen Heiko, bitte in einer Woche ist das Konzert Wir müssen uns jetzt voll und ganz darauf konzentrieren Vergiss nicht die Kondome Denkst du Jesse wäre ein Luder? Ich will dich doch nur schützen Ich wollte fragen, ob du das hast? Nur weil ich schwarz bin, heißt es noch lange nicht, dass ich mal ein Ticket mache Ich bin Deutscher als Hitler Okay, sorry Der Hitler ist Österreicher gewesen Bonjour, was darf es zu trinken sein? Die rote, die ist krass, Mann Wenn du mal so richtig abkacken willst, dann nimmst du die hier Alles okay? Ja Entschuldige mich bitte ganz kurz Das ist nur die Jagger Zur falschen Zeit Auch sie geschossen Und wer in der Mitte ist, der gehört auch auf den Rücken Ich wusste, dass ihm das Spaß macht Wir wären zusammen Sie passt oder nicht Da, Ronny kann leben Aufstehen Jetzt geh schon, komm Keine Angst, die tut nur so Steh auf du Mongo Irgendwie muss ich ihn loswerden Oh, 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 oh Warum liegt der sich drauf? Und warum hast du nur Maske auf? Die kriegen sicher andauernd Porno-Bilder von irgendwelchen Schlanken geschickt Da muss man anders ran Ah! Ah! Ich muss dir mal was sagen Komm, komm, komm Komm mit Ja Komm So Wir haben ja so zwei Zwei von den großen Kameraden Aber Wir haben natürlich noch eine kleinere Und zwar hier dieser Gimbal So heißt das Also Gimbal ist diese Konstruktion Das ist halt so eine Blackmagic Cam Die ist relativ klein Aber trotzdem ein gutes Bild Und da wir Da wir kein Kamerakran momentan zur Verfügung haben Haben wir uns gedacht Okay, dann nutzen wir das einfach aus Rock'n'Roll Und Thomas, erklär mal, was haben wir hier gemacht? Wir sind unvorstellbar kreativ Nichts liegt näher als Die Facilities einer Turnhalle zu benutzen Um geile Einstellungen zu machen Ey, das sieht richtig gut aus Das ist der Kamerakran der Zukunft Sie wissen, sie können nicht gewinnen Es ist selbstmord Der größte Gladiatorenkampf der Weltgeschichte Der Sohn von Krypton gegen